Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem weiteren Video auf YouTube. Heute geht es mal um ein ganz neues Thema, wurde so jetzt hier noch gar nicht behandelt. Normalerweise spreche ich hier über Aktien, ETFs, Kryptowährungen. Wie könnt ihr Geld investieren langfristig? Jetzt mal ein neues Thema und zwar Side-Hustle. Wie schafft ihr es oder wie kann man denn ein Side-Hustle starten? Ich habe da vor ein paar Wochen auf Instagram mal eine Umfrage gestartet. Hättet ihr mal Bock darüber, dass ich ein Video mache? Was sind denn so die ersten Steps, um ein Side-Hustle zu starten? Was könnten Ideen sein für ein Side-Hustle? Und auch mit Blick auf ein geplantes Format, alle von euch, die das Video jetzt anschauen und bereits ein Side-Hustle haben? Bitte aufmerksam zuschauen. Am Ende spreche ich ein Thema an. Ich habe nämlich ein Programm, ein Format geplant, wo ich eben gerne Leute interviewen würde, die ein Side-Hustle betreiben. Side-Hustles können ja sehr unterschiedlich sein. Und natürlich wird es da als Vergütung auch einen kleinen Gutschein geben. Ich habe eben, wie gesagt, alles, alles hier natürlich bezahlt. Ich will hier keinen zu einer unbezahlten Arbeit irgendwie verleiten. Aber genau, und deshalb gehe ich heute im Video mal drauf ein, was ist denn ein Side-Hustle? Was wären Ideen für ein Side-Hustle? Was sind die vier Schritte für ein Side-Hustle? Und dann am Ende eben nochmal kurz drauf, mit Blick auf dieses geplante Format, was für Leute ich denn suche, wie das Ganze ablaufen würde und, und, und. Deshalb startet mal rein. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Als erstes mal ganz klar die Definition. Bevor wir ein Thema rein starten, definiere ich mal das Thema. Und zwar, was ist ein Side-Hustle? Ein Side-Hustle ist ein Nebenberuf bzw. eine Nebentätigkeit, welcher neben dem Hauptberuf ausgeübt wird. Ein Side-Hustle geht sowohl im Angestelltenverhältnis als auch selbstständig bzw. freiberuflich. Also selbstständig kann man jetzt so sehen. Weil, wenn man selbstständig ist, ist man entweder freiberuflich oder gewerbetreibender. Das ist jetzt vorweg schon mal. Genau, Vorteile. Wir haben hier zum einen natürlich den Faktor mehr Geld. Weil natürlich, wenn man jetzt einen Hauptberuf hat und nebenbei noch Freizeit hat und sagt, hey, was kann ich denn in dieser Freizeit machen als Side-Hustle, als Nebenberuf, als Nebentätigkeit, wie man es jetzt nennen mag, klar, man hätte natürlich als ersten Impact mehr Geld, was man verdienen würde und könnte dann zum Beispiel, da wären wir wieder bei dem Kern dieses Kanals, könnte zum Beispiel wieder mehr Geld investieren, weil man einfach durch diesen Side-Hustle mehr verdient hat im Monat. Der zweite Punkt, den ich definitiv auch recht spannend finde, meiner Meinung nach, was das Thema Side-Hustle angeht, ist dann doch so ein bisschen die persönliche Entfaltung auch, dass man halt einfach sagen kann, ich beziehe es jetzt mal auf mich. Mein Instagram-Kanal, Just Financials, muss man fairerweise sagen, ist natürlich auch ein Side-Hustle. Ich habe da auch natürlich Einnahmequellen, zum einen über Affiliate-Links, zum anderen über Partnerschaften. Das sind natürlich auch, wie gesagt, Einnahmequellen, weshalb es definitiv ein Side-Hustle ist, wo auch bei mir, auch wenn ich jetzt aktuell größtenteils meines Geldes reinvestiere oder auch für Gewinnspiele oder sonstiges ausgebe auf dem Kanal, ist eben trotzdem monatlich natürlich immer ein kleiner Plus da, weshalb es ein Side-Hustle ist, weil ich neben meinem Hauptberuf, meinem dualen Studium, BWL-Studium, noch ein Nebenberuf Side-Hustle habe, wo ich eben Geld verdiene. Der dritte Punkt, ganz klar, ist das Thema Erfahrung-Wissen, weil egal was ist, das, was ich jetzt in den letzten, also ich habe den Kanal Just Financials im Oktober 2020 ins Leben gerufen, habe auch im Oktober 2020 mein Gewerbe angemeldet. Da spreche ich auch noch gleich ein paar Worte drüber, weil ich glaube, viele haben Angst vor diesem Thema U-Gewerbe anmelden. Am Ende ist es alles halb so wild, bleibt bitte am Video dran, nicht wegklicken. Ich versuche es euch möglichst einfach zu erklären, weil am Ende meiner Meinung nach jeder kann es schaffen und wenn wir jetzt hier eben bei dem Punkt sind, Erfahrung und Wissen, seitdem ich diesen Kanal ins Leben gerufen habe, habe ich einfach enorm krasses Wissen aufgebaut. Das ganze Steuerthema, sei es in der Schule, wo ich Wirtschaft hatte, sei es in Industriekaufmann, den ich hatte, sei es jetzt im Studium, wirklich dieses Thema Steuern, Einnahmen, Überschussrechnung, Gewerbe, habe ich wirklich so richtig erst überrissen durch das wirklich Machen, dieses Doing, Learning by Doing kann man am Ende sagen und deshalb, jetzt mal egal, ob ein Side-Tussle funktioniert oder scheitert, was ihr auf jeden Fall mitnehmt, ist Erfahrung und Wissen und das ist was, wo ich schon mal jedem sagen kann, jeder, der die letzte Zeit irgendwie immer mit diesen Gedanken gespielt hat, hey, soll ich es machen, soll ich es versuchen, ja wirklich, weil selbst wenn ihr scheitern solltet, was wie gesagt auch nie der Untergang der Welt ist, einfach die Erfahrung und das Wissen, was man durch ein Side-Tussle meiner Meinung nach mitnehmen kann, ist echt enorm und da gehen wir auch gleich schon rüber zum vierten Punkt, das ist eben auch noch was, was ein Side-Tussle mit sich bringen kann und zwar ist es einfach dieses Thema, mach dein Hobby zum Beruf, ich habe echt schon von vielen Leuten gehört, die irgendwann mal so auch Side-Tussle-mäßig angefangen haben, sei es Fotografie, sei es Reselling, da gibt es ja unzählig viele Möglichkeiten und die es irgendwann wirklich geschafft haben, ihr Hobby sozusagen, ich nehme jetzt mal dieses Thema Fotografie, wie viele Hobby-Fotografen gibt es, denen einfach Fotografieren enorm viel Spaß macht, Fotobearbeitung und einfach die Erstellung von tollen Bildern Laune macht so und wenn du dir da jetzt theoretisch einen Side-Tussle aufbauen würdest, dass du sagst, hey, ich mache mein Hobby, Fotografiere aber vielleicht jetzt für irgendwelche Autohersteller Autos oder für irgendwie Model-Tätigkeiten, so eine Model-Kartei oder was weiß ich, also da gibt es ja auch unzählig viele Möglichkeiten, da gibt es wirklich Leute, die es geschafft haben, ihr Hobby zum Beruf zu machen und ich bin auch in Kontakt mit einem Video-Creator, einem recht jungen Video, ich glaube, er ist 21 oder so aus Berlin, der hat auch irgendwann mal Side-Tussle-mäßig angefangen mit Videos drehen für Rapper und ist jetzt gut im Business, würde ich sagen, regelmäßig irgendwelche Videos am Drehen, am Schneiden und er ist, finde ich, einer der Beispiele von mach dein Hobby zum Beruf und dieses Thema mach dein Hobby zum Beruf, kannst du natürlich machen, wenn du deinen Hauptberuf gefunden hast und es dir 100% Laune macht und dies und das, ich glaube aber trotzdem, dass dieses Thema selbst, wenn du einen Hauptjob gefunden hast, der dir 100% erfüllt, es ist nie so dein Hobby, weil Hobby ist immer ein bisschen was anderes wie Arbeit, es ist, finde ich, mehr so vielleicht Begabung, Interesse, aber Interesse und Hobby ist, finde ich, trotzdem nochmal was anderes, weil Interesse ist nicht gleich ein Hobby, ein Hobby ist wirklich eine Leidenschaft, zum Beispiel Fußballspielen ist ein Hobby, auch ein Fußballprofi, wer macht dein Hobby zum Beruf, der irgendwann mal gekickt hat aus Laune und jetzt irgendwie Fußballprofi ist, das wäre eben auch so ein Punkt und das sind eben so ein bisschen die vier Vorteile, warum ich jetzt eben dieses Video hier auch gemacht habe, weil ich will definitiv auf diesem Kanal, Use Financials, großteils natürlich bleiben wir bei dem Thema investieren, das ist langfristig mit das Wichtigste, aber ich gehe auch immer ein bisschen mehr jetzt in dieses Unternehmertum rein, in dieses businessmäßige Side-Hustle, wie schaffe ich es denn vielleicht nebenbei noch mehr Geld zu haben, um mehr zu investieren, weil man hat ganz ehrlich zwei Stellschrauben beim Vermögensaufbau und das ist einmal das, was investiert man monatlich und das ist einmal das, wie hoch ist die Rendite. Das Thema Rendite ist eine ganz schwierige Stellschraube, weil natürlich kann man, wenn man mehr Risiken eingeht, langfristig eventuell mehr Rendite erzielen, aber wie gesagt, das ist eine schwammige Stellschraube, aber dieser Faktor, ich verdiene jetzt 2000 Euro, sagen wir mal, und habe einen Side-Hustle, der mir jeden Monat 500 Euro mehr bringt, also 500 Euro bringt, die ich nicht zum Leben brauche, das sind 500 Euro mehr im Monat, die du jetzt natürlich entweder verkonsumieren kannst, aber ich rate dir da, einfach 500 Euro, die du im Monat mehr investieren kannst und wenn man sich da Step-by-Step wirklich einen schönen Side-Hustle aufbaut, dann kann da echt langfristig ein guter Impact drin sein und vielleicht wirklich hier dieses Thema mach dein Hobby zum Beruf und genau, das war eben einer der Gründe auch, warum ich jetzt dieses Video gemacht habe, zum einen, weil die Nachfrage definitiv da war, viele von euch haben auf Instagram gesagt, ich glaube 95% in der Umfrage, hey, wir wollen so ein Video haben, aber ich finde es auch selber enorm wichtig, weil wie gesagt, investieren ist ein Teil, aber verdiene Geld und verdiene auch mehr Geld ist definitiv ein weiterer spannender Teil auf dem Weg zum Vermögensaufbau langfristig und genau, dann kommen wir zum zweiten Slide und zwar der zweite Slide jetzt mal hier mit der Thematik, was für Möglichkeiten, was für Ideen gibt es denn für Side-Hustles? Ich habe jetzt hier nochmal sechs rausgepickt, wie gesagt, ich würde in den Interviews, würde mich freuen, schreibt gerne in die Kommentare oder mir auf Instagram oder einem Mail use.financials.gmail.com Ich würde mich freuen, wenn ich mit einigen aus der Community, die schon ein Side-Hustle haben, die dadurch schon Geld erzielen, einfach mal ein bisschen quatschen, wie hast du angefangen, wie hast du Geld verdient, was verdienst du, was waren Risiken, was waren vielleicht Erfolgsfaktoren, die du hattest und einfach mal so ein bisschen über deinen Side-Hustle reden, würde mich sehr, sehr freuen, würde ich sehr cool finden und wie gesagt, es gibt auch eine kleine Vergütung, eine kleine Entschädigung dafür, Schau mal rein, was haben wir hier, erstes Thema, erste Idee, Social Media, da würde ich mich dazu zählen, was meine ich unter Social Media, viele von euch sollten es bereit auch schon wissen, das Thema Influencer ist definitiv eine Möglichkeit, ein Side-Hustle aufzubauen, wo es auch keinerlei Grenzen gibt, weil es gibt Influencer im Bereich Kochen, es gibt Influencer im Bereich Mode, es gibt Influencer im Bereich Autos, es gibt Influencer im Bereich Fitness, es gibt Influencer im Bereich Finanzen und was meine ich mit Social Media und zwar meine ich mit Social Media, such dir irgendein Thema aus, irgendeine Nische, bau dir eine Community auf, mach, dass die Community größer wird, such dir Partner, mit denen du kooperieren kannst, da vorweg schon mal gesagt, achte immer drauf, moralisch zu agieren, achte drauf, dass Karma wichtige Rolle ist, weil am Ende meiner Meinung nach Leute, die solche Themen schon fragwürdig anfangen, vielleicht nicht ganz moralisch anfangen, die werden früher oder später scheitern, deshalb, wenn ihr solche Themen habt, wenn ihr irgendwie in einem Social Media Bereich tätig seid und Partnerschaften habt, achtet nicht auf das Geld, sondern achtet wirklich drauf, ist es eine seriöse Partnerschaft, würde ich diese Partnerschaft oder würde ich dieses Produkt, diese Dienstleistung selber verwenden oder verwende ich sie schon, kenne ich das Team hinter dem Ganzen, also wirklich so einfach auch Research hinter Partnerschaften, weil vor allem im Social Media Bereich, vor allem im Influencer Bereich, ich kann selber aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man eine Reichweite hat und das reicht auch, wenn es nur 2, 3, 4.000 Leute sind, dann hat man definitiv einen Impact, einen, ist ja Influencer, Einfluss, man hat einen Einfluss auf diese Leute und da wirklich Appell an euch, jeder, der sich in diesem Thema irgendwie ein Side-Hustle aufbauen will, bitte geht moralisch an die Sache ran, dann bitte schaut und recherchiert, dass ihr nur korrekte Sachen promotet und auch diese Produkte, Dienstleistung selber nutzen würdet, weil ihr habt einfach einen Einfluss und ihr habt auch eine gewisse Verantwortung für die Follower und deshalb da aufpassen, aber wie gesagt, zu dem Thema Nische, da würde mich schon mal freuen, wenn irgendjemand aus der Community, vielleicht aus einer Fitnessbranche oder irgendwo anders sonst sich vielleicht ein Social Media Side-Hustle aufgebaut hat, meldet euch gerne bei mir. Zweite Side-Hustle, wo ich mich freuen würde, wenn wir jemanden finden für ein Interview, Reselling und Reselling ist auch was, was so breit gefächert sein kann, es gibt Reselling von Klamotten, es gibt Reselling von Lego, es gibt Reselling von Videogames, es gibt Reselling von Briefmarken, es gibt Reselling von Münzen und, 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 also da gibt es auch enorm viel, klar muss man erstmal immer schauen, checken, lohnt sich in dieser Branche Reselling, weil es gibt definitiv Themen, wo sich Reselling nicht lohnt, ein Thema aus meiner Erfahrung, ich habe früher mal getestet, ob es sich lohnt, mit quasi Panini-Packungen, also Fußballstickern, da kostet eine Packung 60 Cent und man konnte einzelne Karten für, ich glaube 20 Cent oder so was, auf Ebay und Ebay-Kleinanzeiten und so weiterverkaufen. Hab gecheckt, dachte mir, hey, könnte ja was werden, hab's versucht, hat leider nicht geklappt, viel zu viel Act für viel zu wenig Marge, am Ende war es, glaube ich, auch wirklich ein Plus-Minus-Null-Geschäft, weil man halt auch viele Karten hat, die Leute da nicht wollen und von daher, da muss man definitiv schauen, was macht Sinn. Ist aber cool, ist definitiv was, was legit ist, schaut gerne mal auch Reselling mit Kopf, es gibt auch echt schon größere Kanäle in diesem Bereich und kann definitiv als Side-Hustle laufen. Weiterer Punkt, Schreiben, das kann auch sehr breit gefächert sein, da meine ich jetzt entweder, du bist freiberuflicher Journalist bei irgendeiner Agentur oder Zeitschrift, du bist Schreiber oder Journalist für irgendwelche Online-Blogs, du bist Schreiber oder Journalist für, zum Beispiel, ich suche in den nächsten drei, vier Monaten auch Leute, die für mich vielleicht so eine Art Newsletter schreiben können, also hier auch wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, da könnt ihr gerne auch mal auf Fiverr schauen, ich glaube, da könntet ihr durchaus Glück haben, wenn ihr eure Tätigkeit als Schreiber anbieten wollt, ich glaube, Fiverr ist eine ganz gute Plattform da für viele Dienstleistungen so im E-Commerce-Bereich, was ja dann am Ende Schreiben ist, weil es bei vielen Sachen heißt, schreibt man einen Artikel über Metaverse, das, das und das muss drin sein, dann kriegst du die, das ist das Angebot, dann nimmst du es an oder nimmst es nicht an und dann schreibst du den Text mit der Vorgabe von Wörtern, die du quasi hast. Ich bin zwar kein Schreiber, aber am Ende so ungefähr Pi mal Daumen wird es ablaufen. Thema, da gehen wir nicht mehr weiter drauf ein, habe ich gerade schon angesprochen, das Thema Fotografie, definitiv auch ein Side-Hustle, es gibt durchaus viele Leute, die mit dem Thema Fotografie durchaus Geld verdienen, wie gesagt, macht Fotos für Firmen, macht Fotos für irgendwie Produkte, Werbung, macht Fotos für, also Model-Fotos vielleicht, also da gibt es enorm viele Möglichkeiten, was ich mit dem Thema hier Fotografie meine im Reselling, ein Klassiker nach, nicht im Reselling, was ich meine mit dem Thema Fotografie bei Side-Hustles, ein weiterer Klassiker natürlich Nachhilfe, ist auch was, wo ich sage, wenn ihr zum Beispiel schon in einer höheren Stufe seid, das kann jetzt Abschlussklasse sein irgendwo oder wenn ihr vielleicht studiert oder so, also schon Wissen angeeignet habt, was eventuell jüngere Leute nicht haben, das sind zum Beispiel, einen Moment, der Kater nervt, so jetzt geht's los, Tür ist wieder zu, das kann zum Beispiel sein, ihr seid Mathe oder Deutsch oder Englisch oder Wirtschaft irgendwo gut und habt einfach echt auch gewisse Noten, die ihr nachweisen könnt und habt einfach auch ein Wissen, wo ihr wisst, hey, ich kann dieses Wissen jetzt zum Beispiel an Leute weitergeben, die einfach Nachhilfe brauchen und das wäre eine weitere Möglichkeit für ein Side-Hustle und hier der letzte, den ich jetzt hier noch habe, wieder ein sehr breit gefächerter Begriff, das ist Kunst, ähm, definitiv auch ein Side-Hustle, es kann über, ich male gut, ich zeichne gut, ich bin ein guter Designer, ich bin jemand, der irgendwie coole Skulpturen machen kann, ähm, ich bin jemand, der vielleicht irgendwie moderne Kunst malen, skulpturieren kann, keine Ahnung, also hier auch wirklich sehr, sehr breit gefächerter Begriff, ähm, wo auch definitiv Möglichkeiten bestehen, also, jetzt die Aufforderung an alle, die irgendwie einen Side-Hustle haben, die Bock haben, einen kleinen Gutschein zu haben und nebenbei irgendwie noch ein kurzes Interview mit mir zu führen über ihr Side-Hustle, fühlt euch bitte alle angesprochen, mir entweder, wie gesagt, unten in den Kommentaren, auf Instagram, in den DMs, use.financials oder einfach als E-Mail use.financials at gmail.com würde mich freuen, schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr Bock drauf hättet, würde sehr cool werden, muchas gracias und jetzt zu guter Letzt natürlich die Frage, was sind denn so die vier Schritte, die man für einen Side-Hustle braucht, ähm, ich habe mich jetzt mal für diese vier entschieden, natürlich kann man da sagen, das ist jetzt kein vorgefertigter Prozess irgendwie, ähm, es gibt Leute, die haben da noch mehr Schritte, es gibt Leute, die haben weniger Schritte, ich habe jetzt mal ganz grob hier die Schritte, wie ich das Thema angehen würde, zusammengefasst und erklärt euch jetzt einfach mal. Nummer eins, wie wir es gerade ein bisschen hier in der vorherigen Folie hatten, das Thema Ideen, was mache ich für ein Side-Hustle? Mache ich ein Side-Hustle digital auf Social Media? Mache ich ein Side-Hustle, ähm, physisch, dass ich irgendwie Kunstwerke erstelle? Mache ich ein Side-Hustle im Bereich Beratung kann man natürlich auch, dass du sagst, hey, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein krasser Typ bin, der sich sehr gut mit dem Thema Ernährung auskenne und dann auch noch die paar Skills habe über Fitness oder so, könnt ihr theoretisch auch als Side-Hustle irgendwelche Leute beraten und denen zu ihrem Traumkörper verhelfen. Also, wie gesagt, ähm, da sind so gesehen, ähm, eurer, ähm, Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt, was das Thema Side-Hustle angeht. Oft ist es sogar so, je nischiger, also je mehr ihr euch in einer Nische befindet, desto besser, desto langfristiger könnt ihr dieses Thema vielleicht auch aufbauen, vor allem, wenn ihr jetzt mit einer der Ersten in einer gewissen Nische seid. Ähm, deshalb Schritt Nummer 1, Side-Hustle finden. Schritt Nummer 2, das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo die meisten Leute schlucken, wo sie Angst haben, wo sie sich denken, oh, das ist der Grund, warum ich nicht einen Side-Hustle betreibe. Und es ist das Thema Gewerbe anmelden. Und zwar, das Gewerbe anmelden würde ich auch sogar tatsächlich schon bevor das Let's Go, also bevor die erste wirkliche Action setzen. Warum, sage ich euch gleich, ähm, das Thema Gewerbe ist einfach enorm wichtig, weil, zum einen, ihr müsst ein Gewerbe anmelden, wenn ihr einfach etwas macht, was gewerbliche Absichten hat. Und das ist definitiv ein Side-Hustle, weil ihr einfach nebenbei entweder, also ich rede jetzt hier über das Thema Side-Hustle, jetzt wirklich über das Thema Gewerbe, ich mache was, also diese vorherigen Themen, also auf den selbstständigen Bereich, nochmal kurz vorweg, es geht jetzt nicht um das Angestelltenverhältnis, es läuft nochmal ein bisschen anders ab, ich gehe jetzt wirklich hier auf dieses selbstständige Side-Hustle ein, also die sechs Punkte, die ich hier angedeutet habe, oder Beispiele, die ich hier angedeutet habe, ähm, wenn man sich eben selbstständig einen Side-Hustle aufbaut, wie gesagt, in einem der Bereiche oder auch weiteren Bereichen. Ähm, Gewerbe anmelden, weil, Grund Nummer eins, ähm, ihr müsst ein Gewerbe anmelden, also, wie gesagt, es führt kein Weg dran vorbei, ähm, ich würde es auch schon direkt, bevor ihr wirklich die erste Transaktion, die erste Rechnung oder die erste, ähm, Zahlung quasi getätigt habt, machen, weil, mit dem Gewerbe, seid ihr direkt schon auf einer sicheren Seite, es Gewerbe kostet nicht viel, es kostet 20 bis 50 Euro, ihr könnt es bei eurer Gemeinde anmelden, einfach mal bei eurer Gemeinde entweder anrufen oder auf der Website schauen oder eure Gemeinde suchen auf Google mit Gewerbe, Gewerbeanmeldung, da werdet ihr definitiv irgendwas finden, wie gesagt, kostet 20 bis 30 Euro und ihr könnt eben, das sind jetzt die zwei Vorteile, ihr könnt alle Kosten, die ihr habt, gegenrechnen und vor allem im Anfang, ich kann es aus Erfahrung sagen, ähm, jetzt mit Youth Financials, die Kosten, die ich am Anfang hatte, mit zum Beispiel jetzt auch dem ganzen Equipment hier für YouTube, ähm, ein Licht, eine Kamera, ein Mikrofon, ähm, ein Stream Desk, ein Greenscreen, ein weiteres Ringlicht, also viele Sachen, alles natürlich Kosten, wenn ihr ein Gewerbe habt, könnt ihr die Kosten gegenrechnen, weil ihr, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum meiner Meinung nach, vor allem am Anfang, das Thema überhaupt kein Kopfzerbrechen ist und auch überhaupt keine Schwierigkeit ist und wirklich jeder meiner Meinung nach schaffen sollte und zwar der einfache Grund ist, dass es hier eine Kleinunternehmerregelung gibt und das heißt, jeder Selbstständige, deren Umsatz im vergangenen Jahr unter 22.000 lag, also Umsatz, also Geld, was ihr bekommen habt, nicht Gewinn, Achtung, Gewinn ist Umsatz minus Kosten, es geht hier wirklich um den Umsatz und klar, das ist ein bisschen ärgerlich, weil man natürlich jetzt sagen muss, wenn man sowas wie Reselling hat, dann wird man einen sehr hohen Umsatz haben, aber eher einen kleineren Gewinn, weil natürlich die Margen kleiner sind. Wenn man jetzt was hat wie Social Media Influencer, da wird man eher, da ist Umsatz ist gleich Gewinn eigentlich, weil man fast keine Kosten hat. Natürlich hat man Kosten, aber man hat eher geringere Kosten im Vergleich jetzt, wie zum Beispiel jemanden, der Reselling betreibt und von daher, für das erste und auch für das zweite Jahr, ich bin jetzt selber, ich habe 2020 gestartet, immer noch als Kleinunternehmer tätig, also nach der Kleinunternehmerregelung, von daher, die ersten ein, zwei Jahre könnt ihr alle mit der Kleinunternehmerregelung arbeiten und genau, innerhalb des letzten Jahres unter 22.000 und im nächsten Jahr voraussichtlich nicht über 50.000 Euro liegt. Klar, müsst ihr auch schauen, hängt natürlich davon ab, was ihr macht, wenn ihr jetzt irgendwie Reselling macht von Apple-Produkten, werdet ihr wahrscheinlich recht schnell über dieser Grenze liegen, aber wenn ihr jetzt mal wirklich hier über diese Side-Hustle-Thematik ein bisschen nachdenkt, paar hundert Euro im Monat irgendwie dazu verdienen, was es ja bei den meisten, glaube ich, sein sollte. Ich glaube, die wenigsten wollen dann da wirklich Hobby, Hobby zum Beruf und Vollgas alles auf Side-Hustle stecken. Ich glaube, die meisten haben irgendwelche Hobbys, wo sie definitiv ein paar hundert Euro im Monat irgendwie dazu verdienen können und darum geht es ihnen und das ist eben die Kleinunternehmerregelung, weil ihr hier keine Umsatzsteuer abführen müsst. Ihr könnt natürlich dann auch keine Umsatzsteuer rückerstattet bekommen für Einkäufe und das Coole ist jetzt eben, warum ist diese Kleinunternehmerregelung so pipifax einfach für jeden von euch, weil ihr nur eine einfache Einnahmenüberschussrechnung machen müsst. Was ist das? Das ist eine einfache Excel-Liste, da gibt es auch unzählig viele Vorlagen im Internet, wo ihr wirklich einfach nur eintragt, an welchem Datum hatte ich welche Einnahme oder hatte ich welche Ausgabe und dann habt ihr eben diesen Rechner, dann kommt vorne raus, das war jetzt am Ende des Jahres dein Gewinn oder dein Verlust, das gibst du dann in einer Einkommenssteuererklärung ab, die du dann am Ende des Jahres machst und gibst dann eben in dem Extraabsatz oder in der Anlage EÜR, also Einnahmenüberschussrechnung, gibst du dann eben an, hast du mit deinem Nebenerwerb, Nebengewerbe in der Kleinunternehmerregelung, hast du da Gewinn erzielt oder hast du Verlust erzielt. Und wenn du Gewinn erzielt hättest, dann würde sich eben dein gesamtes zuversteuerndes Einkommen natürlich dementsprechend erhöhen. Wenn du Verlust erzielt hättest, würde sich dein zuversteuerndes Einkommen aus deinem Hauptbetrieb oder Hauptberuf minimieren, was eben auch Vorteile hat. Und das sind jetzt eben so die Gründe, warum ich hier wirklich jedem definitiv raten würde, meldet das Gewerbe direkt am Anfang an, weil ihr könnt Kosten gegenrechnen, es ist super einfach, ihr müsst es eh früher oder später machen und ihr spart euch auch viel Stress, wenn ihr es von Anfang an gleich korrekt alles macht und nicht dann irgendwie drei Monate zurückrechnen müsst. Und wie gesagt, bei Kosten von 20, 30 Euro, bei einem einfachen, bei mir war es ein Online-Prozess, das ist glaube ich von Gemeinde zu Gemeinde auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber bei einem sehr einfachen Online-Prozess, ja, macht es, es kostet nicht viel Geld, ihr könnt Kosten gegenrechnen und es ist echt ein Thema, ja, was früher oder später eh kommen wird. Und wenn ihr dann über dieser Kleinunternehmer-Regelung liegen würdet, also über 50.000, also quasi über 22.000 Umsatz in einem Jahr liegen würdet, dann würdet ihr eben, werdet ihr immer noch ein Einzelunternehmer, aber nicht mehr nach Kleinunternehmer-Regelung, sondern dann auch bei der IHK und dann müsstet ihr eben zum einen auch Umsatzsteuer, werdet ihr umsatzsteuerpflichtig und zum anderen würdet ihr eben auch noch, ein weiterer Punkt, Gewerbesteuer müsstet ihr dann auch noch abdrücken. Genau, dritter Punkt, let's go, einfach gesagt, was meine ich damit, wirklich anfangen einfach, das ist jetzt im Bereich Social Media, Content creating, mit anderen Content-Creatern quasi in Austausch sein, einfach auch Partnerschaften schließen, Kontakte schließen, wirklich hustling, creating, 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 jetzt mal auf die Social Media Schiene gesprochen, jetzt aber auch bei dem Thema Fotografie, Schreiben, Nachhilfe, wirklich, da geht es darum, wirklich aktiv, schreibt Leute an, geht in Foren, bietet eure Dienstleistungen, eure Produkte an, schreibt auf Instagram, schreibt auf Facebook, hört euch vielleicht um im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, also da geht es wirklich jetzt um diese Aktivität, aktiv Sachen machen, aktiv Leute anschreiben, aktiv Content erstellen und dann im vierten Punkt, wenn ihr hier übrigens auch Fragen habt, das sollte sich durchaus klären, dann auch in den Interviews, die geplant sind, weil dieses let's go ist natürlich in jedem Side-Hustle unterschiedlich, im einen Side-Hustle ist es so, im anderen Side-Hustle ist es so, ich hoffe, dass ihr versteht, was ich dadurch meine, eben nachdem ihr euer Gewerbe angemeldet habt, dann geht es los, dann könnt ihr die ersten Investments tätigen, die ihr für euren Side-Hustle braucht, weil ihr die Kosten gegenrechnen könnt, dann könnt ihr loslegen, wie gesagt, aktiv Leute anzuschreiben, Content zu createn, vielleicht Artikel schreiben, wenn ihr jetzt eben schreiben wollt, irgendwas, Beispieltexte schreiben, wenn ihr Designer seid, oder irgendwas designen wollt, Beispiel-Designs erstellen, Samples erstellen, dass die Leute was haben zum Sehen, dass sie ihnen was zeigen können, und dann im vierten Punkt, mit einer der wichtigsten, meiner Meinung nach auch, weil egal, wie gut du dich mit irgendwas beschäftigst, und was für ein Wissen du hast, Theorie ist immer anders wie Praxis, und auch ich dachte, dass es am Ende, also ich habe mich durchaus informiert, wie ist es, einen Social-Media-Kanal aufzubauen, was sind Vorteile, Nachteile, was sind Doings, was hat das Thema, Instagram-Algorithmus, Reichweite und, 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 hat mich durchaus mit dem Thema befasst, aber ich kann euch sagen, am Ende, die Praxis unterscheidet sich fast immer tatsächlich von der Theorie, und man sollte eben aus dieser Praxiserfahrung, seine Learnings ziehen, sollte diese Learnings optimieren, und sollte dadurch eben, Step-by-Step besser und besser und besser und besser werden, und das ist jetzt eben so, die vier Steps jetzt mal gewesen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und freue mich natürlich auch immer, über jedes Abo, was mich erreicht, und über jede Glocke, die geklickt wird, zudem, schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das Video gefunden habt, ob ihr ein Side-Hustle habt, aktuell schon, ob ihr ein Side-Hustle plant, ob vielleicht auch schon ein Side-Hustle von euch gescheitert ist, weil, das Format, mit den Interviews, ist geplant, ich glaube, es ist sehr, sehr cool, ich glaube, viele Leute können davon echt auch viel lernen, weil am Ende diese Interviews mit Leuten aus der Erfahrung sprechen, und das sind dann unterschiedlichste Side-Hustle, das sind vielleicht Fotografen, vielleicht Reseller, vielleicht Leute, die auch Social Media Influencer Bereich tätig sind, und genau, würde mich freuen, wenn mich ein paar Nachrichten von euch erreichen würden, und freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet, bis dahin, ciao, ciao, ciao,